und ein skorpion schon mal wenn wir mit zu dritt auf den schießen ist er weg er ist eh schon aggro komm schießen wir mal kann man immer nur so aggro sein ey ich kann wir nix und holen ist da ja wahrscheinlich einmal außenrum siehst du das ist nicht aus dem ich gesehen ich kam an zwischen euch nicht durch und als ich dann kam war schon vorbei ich habe immer ein bisschen angst vorab gründen seitdem ich mal bei einem zu weit geguckt hat die auch wieder zu können auch aber so von der rechten Seite und dann geht er geht es Prozent aber so glücklich kalt schulds dafür ist es ein bisschen Kekse essen ich habe und so was richtig ist es nicht ihr noch ob er auch langer Anfang an ich bin noch erstmal die spinnen dann lass sie kommen da sind sie ja auch sagt die hören sich genauso an wie die Skorpione deswegen dass ich nämlich vorne das wären Skorpion hier kommen wir baden duschen endlich mal sauber lange nehmen sie jetzt weiß ja neben die Schlange der 23 maximum level erreicht da kommen noch mal mit zwei noch eine Gruppe und sie haben die Feine in den Kopf einstieg einschlagen sehen Prozent 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 Kostum kommt man sich in der Karte aus weitergehen das ist immer die frage, ist das so hoch oder was? Rausse hinten Lass erst mal hier gucken, weil hier ist glaube ich eh in Abgrund Wenn das heißt bei den Höhlen... ...eber runter geht Wenn das heißt bei den Höhlen... wieso treffe ich nicht ich treffe irgendwie das ist eine unsichtbare mauer ich auch hey hey mauer ist wohl doof mauer und wir als viele ordentlich ich schließe immer dann immer dann nochmal auf die tote muss ein bisschen ruhe eingekehrt das war die letzte ich konnte aber noch eine eine müsste noch im leben sein kein sonnenbrille eingepackt ich habe eine dabei haben es gehen bitte haben dass man nur die brille gilt nicht nur klar wenn du die augen zu machst ist alles dunkel so wir lassen uns einfach mal runtergehen boah hier geht es wieder links oder nach rechts und meine fresse also hier links geht es wahrscheinlich auch wieder den weg hoch wo wir vorhin waren aber warum steht der graf achso eben im zeitluft ah zwei fledermäuse es lohnt es doch nicht riesenbewerb brauchen wir nicht extra einen Vogel für zwei fledermäuse aber ich nehme einfach immer seid ihr bereit? ja auft uhr achso na gut war schon nicht schlecht wird sich ziemlich wacker gehalten oh so ne Sekunde, ich muss nur mal schnell eine Schachtelkippen holtern das finde ich in ordnung also diese kinder haben keine leistung sagen dass es da gleich ins wasser gehen geht abgeben da war ja noch was da sollte er an die auch noch wasser eigentlich doch verdrängt mensch ja ja das wasser ich habe gesagt ich wollte hinten lang laufen von der wieser schon drinnen oder weil sie müssen wirklich runter und rein und wir gehen zurück wo er schluss lange kommt was das schlange der kult wer und ein schuss und muss irgendwas planst du gerade was ich habe diese haben irgendwas aufgeschreckt in der wieser wo ich mich gerade schraubt ich bin ja ich habe planst du aber immer noch was ja aber im wasser halt und ich hab hier hoch also guck mal runter ich weiß nicht ob ich runter gucken will was ist denn das ach Koko ganz viele na dann auf die Schützen fertig los was oder macht er auch nicht wo einer hat schon 44 feinen rücken der sohn ist tot ich schieße daneben da hinten aber noch ledermäuse rechts von uns ich bin jetzt in die Schuhe wie viel feinen rücken hat der 10 ok er von sich richtig mann erländen wird hier gerade etwas er guckt aber hoch autos ok oder oder wasserbewegung vom wasserfall da hinten und ich habe mich gerade erschrocken weil du auch gerade was gesagt hattest und dann was ist hier im wasser warum blubber das so komisch hier oben das wasser runterkommt hätte gerne noch aber wo sind und auch gesehen was waren hier kurz und so eine schlange liebe hier ist übrigens warm so die kompetenz haben sich nicht mal ein kristall genau an der stelle aber ein stück weiter ist gut hier freezing your freezing your totode ich habe gerade eine schlange abgeschossen und direkt wurde die schlange im wasser gefressen also da drin ist noch mal richtig party also mit sperren rein und tun uns ordentlich versperren gegen die sache ja sperren mal also ich denke mal hier die schlange hat dieses zischen gehört hier kann man mich wieder wir wollen sich auf diesem wasser glaube ich okay da hinten könnte ich um auf die vier Mäuse schießen durchs machen aber man ist die schlange ich habe die ertrinken jetzt kommt schlange ertrinken und das schlange ertrinken wie soll ich sagen ertrinken hat sich ehrlich müssen wenn ich mir auf die um Koko Kutus hat und wer besser auf die auf die Fledermäuse schießen kannst ich versuche mein Glücksschuss mit meinem glücksschuss ich könnte ich da hinschießen ohne Probleme ich probier's mal da kommen sie wir haben eigentlich so viel Zeit wir könnten ja eigentlich so abschießen vor mir sieht lustig aus und die andere da kommt er der knirscht ruprecht was mir eingefallen ist was wir auch hätten immer machen können am höhleneingang werden das mit ihm aber du hast ja die sachen da meist nicht mehr du brauchst eisen und tätsch und leder und dies und das die war auf meiner armbrust ausnahmsweise auch mal äh schon zur hälfte kaputt eines komplett kaputt ich hab nur eine mitgenommen ich auch nur das ist letztendlich bei mir ein bisschen letztes mal hat das eigentlich gereicht dass ihr beide bei mir jetzt ein bisschen knistert weil wir knister boys sind oh da unten ist ein loot im wasser na toll siehst du das ach da unten ich hab grad vor anders hingeguckt ich versuche mal meinen Testsprung ok ich geh mit rein ja ich würde erstmal einen reinspringen lassen und dann würde ich den den ganzen Haufen voller böse Monster nach hier ziehen ich habe nichts drin wenn ich es richtig sehe ja 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 ok Piranha ist schon mal rechts oben hier au au alter der ist rausgesprungen was war das denn bitte hast du noch die 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 Schuhe die du mir versprochen hattest was ja was versprochen aber wir sind hier primitiv ne aber ist egal bitte die brauch dich und keine anderen hätte ich sogar noch ein paar für dich auf Tests extra nicht gedroppt haben wir ihn gekillt ja ja vor allem ich hatte das Gefühl ich habe ihn in der Luft gekillt ja der ist ja jetzt tot und es kommt keiner da seine fuck die shit 1 2 3 4 was kommt hier aufs wasser oder was die fressen mir die ganze Rüstung kaputt die blöden penner da ist noch einer ich sehe hier genau rechts neben mir warte greift immer oder kannst du auf ihn schießen weil ich will nicht aus Versehen auf dich schießen und dieses wasser schießen ich kann man muss im wasser sein und so auf den zu schießen und erneut es geht ja wenn wir unsicher bringen ach der ok ex-maß wo bist du? da wo geht hinten geht es weiter oder und dort kommt man auch oder wo sollte wir sind also wieder hochgegangen den Weg wieder zurück den Weg am Boden wir zurück kurz wir da geht es lang oder? oder wo? nein ob es da lang geht oder ob man von dort auch kommen kann ja einfach testen wir schwimmen es einfach mal runter loben die Kiste ich habe ihn übrigens nicht getötet gekriegt ne also also ich habe mal einmal angeschossen bekommen warte geh mal das ist auf der Seite Grave ich will mich jetzt auf der schießen der dahin ja doch du hast ja du triffst ja wiii warte es gab gecreecht? wiii das war noch nie krieg Geräusche ich geh da rein da hinten geht es unten drunter unter dem Wasser weiter da kommen wieder welche da kommen wieder welche da kommen wieder welche du hast du schon gesehen? ja ja hat es sich wirklich gelohnt oder oder war das einfach wieder ironisch gemeint? das war jetzt ironisch oh man hide gloves yeah yeah ach so ach so aber das okay ich habe mir das gefühl dass wir den server glaube ich doch ist da irgendwie wieder was runter im wasser? ne das ist schon gleiche okay den server vielleicht doch mal auf zwei stellen sollten aber hier kann man unterirdisch schwimmen ne? oh warte ich muss nochmal die hier geht es unterirdisch weiter auf jeden Fall da schwimmen wir es auch lang aber irgendwie braucht der Graf glaube ich was machst du Luft? Luft muss ich noch nehmen ach so okay habe ich auch wenn wir jetzt tauchen das wäre nochmal diese diese okay ja das kann man ja nicht in Wasser warte mal kurz dann muss ich auch raus deswegen deswegen wenn wir immer noch nicht gemacht doch mach ich noch macht er noch hat er immer noch nicht gemacht man das macht er noch meine Suche ist gleich wieder aufgebraucht es ist noch Suppe da es ist noch Suppe da wer will nochmal wer hat noch nicht theoretisch Armbrust können wir unter Wasser hier auch ne? oder was? ja aber ich werde meine mal wechseln jetzt die kaputte mal wegkriegen auf jeden Fall ist es nicht kalt hier unter aber viele Luftlöcher also ohne das Lazarus obwohl hier drüber ist ein Luftloch würde ich sagen ja ja wo ist denn hier ist der Dex oben hier ist ein Graf hinter mir okay hinter dir? geht auf jeden Fall hier hinterher weiter hinter mir durch den Graf ja das bin ich? also jetzt ist Dex ja wo ist der Graf? ach der ist auch hier okay hier wird es jetzt auf jeden Fall kalt und oben sich Fledermäuse aber hier muss man auf jeden Fall langschwungen weil hier kann man jetzt so nicht wir gehen da ist man gerade auch hoch ich weiß nicht wie lange diese Vögel unter Wasser aushalten ach so der Z hat gesagt die halten Ewigkeiten aus okay also wenn man das abschmeißt also wenn man das abschmeißt ich würde aber jetzt kommen die unterwegs kommen die schon hin oder? weg sie geht nicht raus kommen wir dann ins Wasser? oh oh es geht schon los komm ins Wasser riecht schnell 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 riesen die aus dem Wasser aus ab es ist vorbei hier alter oh Skorpion oh ha oh Skorpion und Schlange noch eine noch eine muss man noch einen Blick ist ja wieder auf meine Schulter da hab ich doch gerade losge- äh losgeschickt oh ich bin bisschen ich bin ein bisschen gedingsbumst äh dann ähm nu du die mal nu du mal eine frische das ist noch eine Titanohrohr unter euch unter uns im Felsen drin ach so okay richtig ist oh da guckt sie oh da ist oh da ist sie hat mich bitten die hat mich im Volke bitten bitten ohne sich zu bitten bitten lassen bitten hat sie ich hab mal erst mal eins bei Stamberys nehmen das war ja ja ein bisschen das war ja jetzt ein bisschen äh war das schon ein bisschen war war aber gut ein bisschen aber wir können mal direkt mal weiter ein bisschen machen weil das unter Wasser ist ganz gut gefällt mir das soll ja das 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 tief runter fuck the shit warte da ich komm ich komm gerannt wir haben ja wir haben ja schon was kaputt gemacht was haben sie mir jetzt gemacht die schuhe ich hab mir die schuhe kaputt gemacht alter wir sind denn hier zu viel nochmal so einer habe ich noch aber es sind immer noch vier da unten da ich hab mir die schuhe kaputt gemacht 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 aber hier in der ecke ist schön warm merke ich gerade ja ich brauchte auch mal was warmes genau super weil ich bin nämlich gerade ziemlich blutig aber es war von den von den kämpfen gerade ich habe die hälfte meines lebens verloren und dann kann es eigentlich auch direkt weitergehen so und wer hat mich denn was ist denn hier schon wieder los einfach mal stehen junge das ist auch mal eine schöne klose ich hab das ding nicht mal gesehen die haben ja so schnell geblieben hätte es nicht mal rausgehen müssen da ist noch einer oder nicht ab jetzt woher kommen die denn die sind irgendwie in den felsen versteckt vor allem die sind die auch voll auf die schuhe aus scheinbar ja das ist schon genug gnomisch-piranierisch oh 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 ich versuche hier was aua 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 shit und 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 aber hier geht es übrigens wieder hoch ihr könnt auch auf der seite wieder hoch aber na gut wir wissen wir nicht was uns oben erwartet ne richtig dann komm ich auch erstmal da einmal hoch ich habe mal einen ganz kurz mit dem katana gekillt weil ich den gesehen habe dass er hinterm greyfair war aber dann kam der bruder oder ich muss sagen der sperr ist eigentlich auch der ist halt nicht verkehrt der ist gut unter Wasser ja und ich habe auch einen sowieso ein sperr der hat ein bisschen mehr ein bisschen mehr also 120 wieben der match okay ist nicht schlecht was hat meine 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 katana hier mein schwert 100 und und ich habe zwar noch den obersten balken nicht also ob es der kreuz hatten ich so okay wird schon gehen genau sieht es nämlich aus und unter wasser sieht man doch schon noch behinderter aus ihr seid schon wieder los ne okay ja wir sind schon wir sind schon wir sind schon aus der insel aus der insel aus der aus dem dungeon raus he he also wenn jetzt schon wieder ein paar grandios kommen bin ich gearscht wir sind schon da glaube ich hier steigst du auch wieder auf jetzt ein ich gucke mal ob ich irgendwas flatternd sehen auch eine späne erwartet uns und eine schlange ok da kommt noch mehr da kommt ja alles voll ich habe vielleicht keine pfeile mehr ich habe nur noch einen pfeil was noch ein ich glaube ich gebe auch nur die mal ganz kurz oh gott ich bin hier eben in die wand reingegangen das war mir unangenehm da bin ich wieder raus mein curry ist gerade weggegangen deswegen bin ich auch hier so am leiden ich könnte eigentlich wie geil ist das denn wir könnten eigentlich auch mal grillen Achtung Fledermaus Fledermaus Bixi er rennt immer los gleich wenn er nicht soll ja hab gleich Vogel losgelassen hey ich muss mal ganz kurz irgendwo ja dann kommt hier oben zu den langen Kristall hier ist was ach so ok ok oh Pupsi bist du jetzt wirklich hinter der Wand oder geh doch direkt vor deinen Füßen ach so ich hab nur den los bei dir alter ist alles in die Wand rein und packt ne black packt und spackt oha bisschen hat's jetzt auch wieder energy also ich muss ein bisschen Energie jetzt grad mal tanken ich hab jetzt das gegessen und mir geht's gut und jetzt bleibe ich hier und gute Nacht so ich könnte das von Titanei essen äh 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 19 Pfeile haben wollen ja äh äh 22 meine ich guck mal sag mal ich kann dir sogar 22 plus na ich schmeiße erst mal den 22 er stapel hin pop so und wenn du willst kannst du sogar noch mal 19 drauf haben das rein nein du nimmst jetzt meinst solange hält deine Armbrust noch nicht mehr durch ja ja so ist auf jeden Fall äh das Latte raus und bei mir durch n n n bei mir noch 30 Sekunden 60 Sekunden aber bringt ja auch nichts mehr wir sind aber jetzt glaube ich erstmal hier raus weil es geht ja bergauf nicht mehr bergunter also wir sind nachher ja wieder zurückzufinden ich glaube wir werden hier eine Weile verbleiben oh 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 du willst noch ein Foto machen oh ja stimmt ja auch guck mal hier ist wahrscheinlich wieder ein Kristall ist auch hier genau richtig oder was suchen mal gucken ob das geht kann man sich drehen ja kommen da muss man auch immer die Fakten an machen da stellen sich genau vor mich den Spacko warte die Papageien einfach mal kurz die Papagei das ist so verschwindet mal ja beim jetzt gut geworden wir sind ja richtig Foto Hygiene Foto Hygiene Foto Hygiene Foto Hygiene Foto Hygiene das hat ja auch ewigkeiten bis das hoch geht ich bin kurz vor pool ich habe sogar spark powder mitgenommen übrigens würde für den guten grill ja nicht okay wir können los den partner ok ok alle mittags es gibt hier was gibt es hier und um eine ecke was ist eigentlich hier aber es kann nicht sein dass wir jetzt noch kein ist das wasser es bewegte sich gerade so auf mich zu in der luft steht ja also schon wieder tauchen was habe ich mir gerade schrocken ich kann meine maus losgelassen das ist ja auch so ein ganz kleines teil war sein wie vor der nase liegt ja aber ich guck grad ins wasser kommt zum maul da raus ich hab nur mit dem schatten da rum fliehen vor allen dingen mein vogel auf der schulter hat ihn gekillt boah fuck die shit geht ihr vor ich will nicht mehr ich hab übrigens ein fein ich hab ein fein im kopf genau durch den kopf durch welcher penner war das das war bestimmt ich obwohl ich guck mal für mich sieht das aus als wer den auf dem rücken trägt ja du bist du oh man jetzt hab ich schon wieder keine man jetzt hab ich die handschuhe auch noch verloren jetzt muss ich auch noch hidehandschuhe anziehen ist das noch einer im wasser mal ich bin ja das mal ihr habt ihr einfach getränkt ja ich habe mich schon wieder was kaputt gegessen. was haben sie jetzt den torsong weggefressen ich bin ja schon aus dem ja naja egal ich habe jetzt gerade meine heid heidsklamotten angezogen Ja, wir sind also ziemlich oben, ziemlich weit da oben Warum wartet ihr eigentlich? Soll ich jetzt wieder reinspringen oder was? Ja, die haben sich schon keine Rüstung mehr, da kommt es auch nicht mehr drauf an Außerdem hast du frische Klamotten an, ey Okay, der Dex schwimmt, lass uns mal Also, Bruder, Fira, ja Oh Mann, wir sind immer so, sie haben mir wieder wieder was kaputt gebissen Oh, wir kommen noch mehr Was haben sie mir jetzt kaputt gebissen? Den Kopf Du hast mir grad voll in den Reingehauten Habt ihr noch irgendeinen Kopfschutz noch? Ja, 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 ja Und ihr wollt meine Fresse sehen Da, warte Kops dir Oh, 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 wieso das denn? Was ist noch alles dabei, bitte? Ja, ich hab eigentlich dreimal Rüstung fast dabei Was? Ja, nicht, ja, doch fast Also, ich kann auf jeden Fall bestätigen, ist ein großer Hauptsache, die scheiß Piranians waren da irgendwo in der Wand gepackt, ey Äh, das Problem, sie haben mich wieder zur Hälfte runter gebissen Hab ich lieber auch ganz was Ich bin aber im Wasser, ich bin nicht rausgerahmt Ich hab diesmal, äh, lediglich mitgekämpft Ich weiß nicht, ob man hier wieder tauchen muss Vielleicht sollten wir doch nochmal ein Lager raus nehmen Also, bis jetzt? Ja, da ganz unten schließt schon dann raus Ah, ja, da, ja, ja Stell mich mal hier auf den Felsen O GitHub Oh, oh, oh Mach dich, fatsie mal rauf, ey Da ist ja, bes 누gal Und yagen nur, gut Ja OK MIDI- videor 콘 Beitrag Yaa Hallo, ich bins der am besten schmeckt gruselgenomen oh, dahinten ist ganz bunt oh man, jetzt kommt schon wieder einer hier, verdammte Pöner die lorben immer auf mich, ey habt ihr sie? irgendwie ja ne meine Stoffschule sind auch gleich wieder kaputt hat es wirklich so viel Sinn mit Fernkampfwaffen unterweist da kommt einer von oben? ja ja, geh auf den Grave, geh auf den Grave nicht auf mich Aua, Aua, Aua Boah, Wixi, du hast mich gerade fast getötet das soll gar nicht sein Aua Alter, Wixi, lass das ich bin fast tot, ne? ja, ich auch dann lass uns noch mal zurück ja bloß, das kann, aber ich denke, ich kann euch doch gar nichts antun doch klar, warum nicht? ja, im PvP eigentlich okay ich hab nur noch im Balken ein Stückchen von meinem Kreuz nimm nur noch ein Süppchen hier ja, ich hab nur noch drei da also hier naja, hier so ein Bluttrank achso, du hast nur noch eine drei, drei der Wixi, du der Wixi der Mörder oh, dabei hab ich nur gut gemeint voll der Teamkiller so einer ist er so ein Teamkiller-Schwein und schwein oh, Hallöchen Grape hier, hm? zieh dir mal ein Höschen an das sieht voll aus, als wenn du dir grad den Schritt gehst hey oh Gott, war so schwer da hochzukommen der Speer ist voll stark, ne? der Speer ist super also Wixi-Sign ist auch voll stark, was hat denn der? 200 Schaden? ne, 120 Prozent 103 dann hast du Militern wahrscheinlich auch noch 100 irgendwas äh, 165 boah, ja kein Wunder wie Schaden macht alles klar, weiter geht's leich, leich, leich auch 165, nicht schlecht, komm wir gehen wir runter wo ist Wixi? ich komm wieder wir sind schon durch wir sind schon bei Bunt und Farbe ja, ja ich bin, äh, häng die am Arsch aber ich hau jetzt erstmal nicht da kommt die, über die ist doch einer oder was? ja, da ist wieder einer einer greift an ok da kommt noch mehr, da ist noch einer vorsicht, vorsichtig Angriff die hängt da, die hängt da ja, aber einer kämpft nur naja, nein, ich hab extra diesmal nicht sag mal bei 165, mit dem Militermilch das ist nicht schlecht na, dafür habt ihr, äh, viel mehr Hells als ich ich hab sag mal 200 Hells 270 kommt hier weiter her, ne? ja, bei 60 alter, wie weit das hier ist, ey also mit dem Trank hier, ist hier nichts ohne den Trank, meinst? ja, also das ist so heftig ohne Trank oder halt Taucherausrüstung oder Taucherausrüstung oder Taucherausrüstung, genau Aua! war das denn jetzt schon wieder? oah fuck ich hab wieder die Hälfte meines Lebens verloren da hab ich mal irgendwo hoch hier uah 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 ach, hier geht's aber man kann auch nicht wirklich, ne? ich glaub wir sollten auch gleich weiter ich hör nur dumm dumm, bieb 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 irgendwie häng ich hier in der Luft und komm hier nicht hoch, weil ich nicht essen kann hier, äh Dex, hinter dir komm mal zu mir sag mal kurz, ich bin hier ne, ich kann nicht essen hier kannst du was essen hier, äh, wixi? ah, na, ich bin mit dem Kopf über Wasser hier hier ich hatte das Pieps-Geräusch bieb 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 wir haben uns angeht mhm aber lasst uns mal wir sollten auf jeden Fall weiter, bevor das Laden so draus verbumst ist ok, komm ach so, aber du solltest natürlich Leben haben oder er lässt sich jetzt, äh, eher im Hintergrund und, äh, griffen der Wixi geht vor der Wixi macht mit seiner Mega-Harpune alles warte mal, ich hab jetzt gerade voll die Orientierung verloren hier runter zeig mal in die Richtung äh, wo? hier ne, das ist da ok, ich schwimm vor, ja da? oder war das hier jetzt? warte mal ich glaube, oder? oder kommen wir hierher? ne, ich ne, das ist richtig wo ich bin, ist ah, Piranha bam, ey, die killt hier alle mit einem Schlag ist das denn hier? kann man auch wieder hoch? ja, muss man ja auch, weil hier unten geht's nicht weiter Vorsicht, wir sind nicht zu weit, wir sind oben wir sind erstmal hochgeschwommen seht ihr was? also, man kann hier raus auf jeden Fall geht's unten weiter, ne? ne, unten ist, äh, Sack, also ok schau dir nach